Ja, da ist mir gerade das Spiel abgeschützt, wieder einmal und ich habe es gerade so groß schon gelobt, dass es vier Stunden gut ging. Wie gesagt, ich bleibe nur noch dabei, kauf dieses Scheißspiel nicht. Außer kauf zum Laden, kauf da die PS5-Person, ich denke mal, die ist stabiler als wenn sie die PS4-Person kauft, weil es einmal noch lächerlich gerade ist. Außer PS4, wir sind halt so an sich, dass sie gerne abstürzen. Ist jetzt das dritte Mal insgesamt. Zwei, vier, eigentlich das fünfte Mal, aber das dritte Mal in einer Aufnahmesession. Und immer beim Reisen. Hundertpro war ich hier sicherlich nicht, du Stück Scheiße. Richtig, denn ich habe nämlich diese Scheiße ausgewählt, du Bastard! Jedes Mal die gleiche fickende Scheiße, dass sie mich irgendwo absetzen, wo ich gar nicht war! Du Bastard! Das ist einfach nur noch lächerlich, ist das Game. Ah, ich habe vergessen, dass es die Schelle, wo man nicht laufen kann! Ich muss die Straße lang. Kyra, ich bin in der Nähe des GRE-Labors. Wo soll ich nach den Leichen suchen? Die Aufnahme sagt dir alles, was du wissen musst. Ich kann sie mir nicht anhören. Over. Kleiner Ron an Basis. Der Ausgang unten ist versperrt, also versuchen wir oben auszukommen. Sierga und ich haben Private Kitty gefunden. In der Lobby auf der untersten Etage. Oh, was stinkt denn hier so? Kitty, hast du gefußt? Vor lauter Freude uns zu sehen? Was? Ich war das nicht. Ha, wir haben dich vermisst, du Nulfe! Hast du das gehört? Wir sollten zwar nichts von hier verduften. Gib schon zu, Sierga. Du hast gefurzt und wolltest es mir in die Schuhe. Halt! Hast du fast zum Teufelwag an? Mir doch egal. Los zur Treppe! Basis, wir werden von Weißer verfolgt. Wir haben Kitty in der Lobby verloren. Ron, ich bin auf der zweiten Etage. Ich bin direkt unter dir, an der Tür. Komm jetzt hoch. Ron! Geh weiter, Ternus! Halt! Stupide! Wo kommst du? Ron? Bist du da? Ja. Bist du da? 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 Geh! Oh, come on. Ja, komm, fick dich. Ja, komm, komm. Ja, komm, komm. Wieso schlägst du nicht? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Du warst ein richtig harter Hund, oder? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. wieso ist hier wieder mal kein pfeil ausgewählt so Oh. Ich hoffe, ich habe den Lens. Ich hoffe, ich habe den Lens. Untertitelung des ZDF, 2020 Oder links, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Schlafen wir mal, dann kriegen wir die Punkte Schlafen wir mal, dann kriegen wir die Punkte Schlafen wir mal, dann kriegen wir die Punkte Ja, okay Ja 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 Das gefällt mir doch gar nicht, ne? Ja 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 Genau Das eine Teile dann versorgt Oh, 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 oh. Bist du auf der Seite oder auf der anderen Seite? Bist du in die Richtung? Oder bist du hier oben? So einer bist du. Meine Damen und Herren, hier vor uns ist das versunkener Gebiet. Und ich muss hinter das versunkene Gebiet, obwohl in die Warte. Du bist nicht das versunkene Gebiet, das versunkene Gebiet ist hier. Ach, dann ist das mit Wallstunton. Was auch immer das gerade war. Mal, dass es versunken ist. Das ist die versunkene Stadt. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Es wird wahrscheinlich unter mir sein, aber es ist unwichtig, was das Gebiet Eve-Dings ist. Es wird wahrscheinlich unter mir sein, was das Gebiet Eve-Dings ist. Oh Gott, du warst so einer. Noch einer. Das war das Letzte, was ich aufnehmen konnte. Die Generatoren sind aktiviert. Nur die Antenne ist noch übrig. Cool. Hey, Redco. Ich weiß, dass sich Jeras Tod ziemlich mitgenommen hat. Aber glaub mir, auf mich kannst du dich immer verlassen. Redco? Bist du gestolpert? Du bist doch nicht etwa nicht bei ganz der Gruppe gefallen, oder? Explodier woanders. Digga, ich hasse das. Ich bin in der Nähe des Ausgangs. Scheiße, ich bin unzwingend. Hör auf mich. Verpischt euch. Lasst mich in Ruhe. Hey, funktioniert dieser Sender? Ich rede mit dir, Fikato. Die Sender gehören jetzt den Abtrünnigen. Hast du Lust auf eine Sendung? Hier, hör dir unseren letzten Jingle an. Ja. Abo, ja. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Achso, ich komme wahrscheinlich von der Händen hin. Was ist das? 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 Was ist das?